Na meine Lieben, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zum siebten Türchen. Auch heute spielen wir ein Draft und versuchen das Bestmögliche rauszuholen. Wir werden uns auf die Schussfinden konzentrieren und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Freunde, auf ein neues. Und es wird jetzt endlich Zeit, dass wir immer was Gutes ziehen, Mann. Das sage ich gefühlt in jedem Video, aber es wird Zeit. Am allerliebsten hätte ich was mit zwei Stürmern genommen, aber ich will es nicht riskieren, mit einer Dreikette ins Spiel reinzugehen. Wir gehen einfach mal hier mit der 4-3-3. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf 90 Chemie kommt, am höchsten. So, Falcao könnte man testen, aber wie gesagt, wir müssen auf die Chemie achten und deswegen gehe ich lieber mit einem Messi. Stürmer. Bam, 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 bam. Ja, also kein La Liga-Spieler, dann gehe ich mit Premier League. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Franzose aus der Premier League, ja, zack, da haben wir schon. Neymar wäre der Wunsch, aber wir müssen mit Manet gehen. Wie gesagt, Chemie vor persönlichen Personalproblemen. PPP. So, ZM. Zack, da sind wir. Und genau das meine ich. Versuchen, so gut es geht, die Chemie hochzupushen. Ja, das ist jetzt nicht so lecker, aber gut. So ein Starspieler wäre nicht schlecht. So eine Ikone oder sowas. Party. Gut, bleib mal in der Premier League. Okay, machen wir mal links voll. So ein Philipp Lahm wäre doch mal nicht schlecht. So ein Philipp Lahm wäre doch mal saftig. Gut, Arnold ist auch nicht schlecht. Nimm mal Arnold mit. Na irgendwas zum testen mal vielleicht. Die machen es mir echt nicht einfach. Die machen es mir wirklich nicht einfach. Ja, Joey Gomez kennt man jetzt auch. Also, ne. Ich bleib in der Premier League. Oder soll ich riskieren? Ne, ich bin zu riskant. Ich bleib in der Premier League. So, was haben wir jetzt zaubert? Gut, ein Premier League Spieler. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht bekommen wir noch eine Ikone. Wir sind auf 100 Chemie gekommen. Wir haben auch gute Supersubs. Das heißt, einen Ronaldo haben wir noch gezogen. Einen Rivaldo haben wir noch gezogen. Messi, Martial noch auf der Bank. Die noch reinkommen werden. Die Verteidigung sieht sehr, sehr gut aus. Bis auf vielleicht Fernandinho. Aber sollte trotzdem, sollte trotzdem noch fit gehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins erste Spiel rein. Let's go. So, ja, könnte eklig werden. Aber wir stehen auf eklig. Zack, da sind wir. Die geilste Schussfinde der Welt. Ich sag's euch, wie es ist. Zack, schon wieder. Habt ihr gesehen? Diese Schussfinde ist einfach viel zu gemein. Ich sag's euch. Man muss sie richtig timen, sonst funktioniert sie nicht. Zack, schon wieder. Dreimal, dreimal die Schussfinde. Zack, war auch die Schussfinde, aber hat nicht so gut geklappt, weil er gegen einen Rücken war. Ich bin einfach ein verdammter Elfmeterkeller. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hab bis jetzt in jedem Draft, wo ich einen Elfmeter verursacht hab, hab ich ihn gehalten. Zack. Also du machst jeden, jeden Schuss da mit rein. Und Rage quits. So, dann haben wir unsere erste Kugel. Und ich muss sagen, diese Schussfinde, Freunde. Ich kann euch auch mal sagen, wie sie funktioniert. Ihr macht eine ganz normale Schussfinde, Kreis und X. Aber ihr müsst im Timing so ein bisschen verzögern. Kurz bevor ihr schießt, kurz bevor ihr zum Schuss kommt, müsst ihr dann erst die X-Taste drücken, um den Schuss abzubrechen, um die Schussfinde zu machen. Dann macht ihr diese spezielle Schussfinde. Beim einzigen, einzigen Torwart kommt ihr jedes Mal vorbei. Wirklich, ich hab's in der Arena ausprobiert. Es ist viel, viel effektiver als die Ballrolle. Man muss es nur können und dann funktioniert's auch. Und dann würde ich sagen, geht mein zweites Spiel rein. Oh ja. Okay. Ah, da haben wir uns ein bisschen durchgewurscht. Da war die Schussfinde vielleicht überflüssig. Weil da haben wir eigentlich schon ein sicheres Tor gehabt. Aber ich will das unbedingt ausprobieren. Yes, Ronaldo. Also ich hab gemerkt, wenn man die L1 und R1-Taste drückt beim Kopfballen, dann treffen die auch das Tor. Also so als Tipp wie euch. Schönes Ding. Zack. Und genau das mein ich. Dieser Schussfinde, ihr verladet den einfach. Und mit Ballrolle ist die Wahrscheinlichkeit immer noch da, dass er irgendwie an den Ball rankommt. Ist das eigentlich ein sicherer Treffer? Und vielleicht können wir es nochmal machen. Ah, das war die falsche Schussfinde, aber die hat auch geklappt. Ah, das war die Schussfinde. Ah, das war die Schussfinde. Ah, das war die Schussfinde. Ah. Ja, 100 Chemie und wirklich auch sehr viel Glück gehabt bei der Spielauswahl. Oh, bisschen Lucky, bisschen Lucky, aber gehört auch dazu, Freunde. Schön rausgespielt, schlecht verteidigt auch teilweise von mir. Boah, ist das ein Durchgebuggealter, unverdienter Treffer. Schön gemacht vom Gegner. Oh, Tormat, ganz, ganz bitter verlengt. Ah, wieder Tormat verlengt. Das ist bitter, so Tormat verlengt ist eine gute Option, ist auch ein guter Skill, wo man wirklich den Gegner ab und zu mal nerven kann. Aber wenn du jemanden hast wie mich, der auch ein bisschen abwartet, dann wird's schwierig. Letzte vier Minuten jetzt nochmal schön schwitzen, Freunde. Also wenn wir im siebten Türchen die goldene Kugel auch nochmal holen könnten, das wäre wirklich, das wäre einfach mega, mega geil. Die Frage ist, was für Packs bekommen wir, falls wir es schaffen und ziehen wir wieder Schrott. Kreditkarte, Mbappé. Aber der Rest des Teams sieht jetzt nicht so krass aus, mal gucken. Oh, zu früh rausgeholt und das ist das 1 zu 0. Da hat er sich ein bisschen verspekuliert mit seinem Torwart. Ah, Torwart verlengt. Ah, der geht nicht rein. Wie? Ja, das war ein bisschen unnötig. Dann müssen wir es halt mit roter Karte regeln. Bam, da sind wir mit Money. Meistens bin ich mit roter Karte sogar stärker. Das ist so einfach, aber gut gemacht. Oh mein Gott, mein Torwart ist einfach so schlecht. Mann, wieso hält sein Torwart den? Yes. Alter, das ist zu unfair, was gerade passiert. Boah, Verlängerung. Das ist mega, mega spannend. Gegner ist auch sehr, sehr gut. Da sind wir uns schon wieder den Torwart verlengt. Jetzt müssen wir massiv stehen. Oh mein Gott, da hat er wieder den Torwart verlengt. Sehr, sehr wichtig. Zwei tore Vorsprung mit einer roten Karte. Der 20. Weg damit. Pfeife ab, Schiri. Yes. Mit einer roten Karte können wir den Sieg trotzdem nach Hause holen. Und somit haben wir die siebte goldene Kugel, Freunde. Und ich bin gespannt, was wir Packs für dieses Mal bekommen. Lass es was Gutes sein. Ich leide schon viel zu lang. Ja, okay. Schauen wir mal. Auf geht's. Oh Mann, ich bin einfach bestraft. Aber okay, es ist ja ein ganz normales Goldpack. Ja, komm. Nächstes Goldpack. Soll ja auch Leute geben, die aus 5K-Packs irgendwie Hullitz ziehen und sowas. Wieso nicht ich? Ja, wenigstens ein seltener. Martínez. Kann man doch bestimmt irgendwie verramschen. So. Okay. Premium Worldpack. Ja, die Sieg. Yes. Unser erster Workout. Und was ist es? Deutschland. Torwart. Oh, Ter Stegen. Sehr, sehr nice. Somit haben wir unseren ersten Workout gezogen. Und ich hoffe, der Mann kostet noch ein bisschen was. Kommt ein bisschen spät. Aber Workout ist Workout. Das freut mich jetzt wirklich. Das ist so eine lange Durchstrecke, dass wir endlich mal Packlack haben. Das freut mich wirklich sehr. Vielleicht kommen wir jetzt über die 80.000 Münzen. Ich weiß nicht, was Ter Stegen kostet. Ist eigentlich mega traurig, dass ich mich über einen Torwart freue als Workout. Aber in meiner Situation nimmt man aktuell alles mit. Ja, der Rest des Packs sieht immer noch gleich aus. Wäre zu viel verlangt. So. Ich verkaufe die Spieler. Und dann gucken wir mal, wie viele Münzen die rausholen. So, Freunde. Ich habe jetzt alle Spieler verkauft. Bei Ter Stegen bin ich leider unabsichtlich auf L2-Taste gekommen. Deswegen sieht man ihn hier nicht. Deswegen sieht man ihn hier nicht. Aber ich werde es euch gleich einblenden. Allen verkauften Spielern plus diesen Spieler hier, den man für 10.000 abstoßen kann, kommen wir auf eine Gesamtsumme von 85.000 Münzen in diesem Draft. Das bedeutet für uns, wir haben die Hürde erreicht und werden in diesem Video ein Gewinnspiel rausbuttern. Also kommt mit mir mit in die Übersicht. Ich werde euch erklären, was genau ihr für das Gewinnspiel machen müsst. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns die Übersicht an. So, Freunde. Somit haben wir auch im siebten Draft vier Siege geholt und haben sogar Packlack gehabt. Wenn wir den Gewinn von 85.000 bereinigen von den 15.000 Anfangsgebühr, kommen wir auf ein Endresultat von 70.050 Münzen. Und ihr könnt unten rechts sehen, wir sind somit über die 80k-Hürde gekommen. Wir haben aktuell 106k in einer Woche gemacht. Ist nicht so schlecht, könnte aber deutlich mehr sein. Und somit starten wir jetzt das Gewinnspiel. Hashtag Nikolaus in den Chat und euren Instagram-Namen noch dazu. Ich werde mich beim Gewinner melden und ihm das Giveaway auf jeden Fall zukommen lassen. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, wünsche ich allen viel Glück. Und Dibo ist der Weihnachtsmord.